Ich schaue jetzt aber nicht zum Endermann. Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Varro Fights. Heute versuchen wir Äpfel zu finden und wir legen direkt los. So wie schon Kraft'n Apfelmarge? So wie Hühnchenrosen? Ja. Dann brauche ich ein bisschen. Kabel. Okay jetzt noch immer noch, da ist wie Cold Dog normalerweise. Normalerweise. Hühnchen. So wir brauchen noch 5 Äpfel. Und dann könnten wir wieder in den Untergrund gehen für mehr Dias. Genau. Nice, ne? Hey, ich weiß nicht wo ich gar nicht esse. Ah, wir brauchen normale Bäume. Das sind gerade nicht in die Nähe. Und dann baue ich mal wo. Nice. Und das könnte ich zum Beispiel weg haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann ich sonst noch irgendwas wegschmeißen? Ich habe gerade weg. Nope, der passt. So jetzt suchen wir die normalen Bäume. Da ist er noch. Der Creeper ist nicht hier unter der Bogen. Ja, wir brauchen noch viel mehr normalerweise. Da ist noch einer. Ja, da waren wir gerade. Du musst jetzt in einem größeren Gebiet gehen. Ja, wäre besser. Weil sonst muss ich wegen einem Baumhörer gespielt worden. Obwohl du aus dem Weg gerade ein paar. Ja. Da gehts. Passt. Oben ist immer wichtiger, oder? Ja. Jetzt haben wir schon wieder keine Items für Hühnchen. Federn. Immer das gleiche Problem da. Sollten wir uns mal was einfallen lassen gegen das Problem. Größeres Inventar. Oder Sachen einlagern. Aber ich renne ja jetzt gerade umeinander. Wäre nicht so gut. Hm. Hoffentlich. Hoffentlich. Wunderbar. Aber da gehts nicht mehr. Diesmal da bauen wir auch wenn es den letzten Block unten nicht abbaut. Weiß nicht, weil ich alles habe. Ja, da hast du noch ein Block lassen. Ja, der soll das gar nicht mehr haben. Alter. Der Bogi hat mir fast den Ding eigentlich schon. Ja, genau. Yo. Bau einen Baumhörer. Ja. Das ist easy zu sagen. Ist doch eine Karotte. Hm? Ist doch eine Karotte. Da haben wir nur 3-Bayer. 6-1. Nope. Ja. Ja. Schauen wir mal auf sowas. Warum? Scheiße. Ja, aber das ist der Fall schon. Achso. Hast du nur eins? Ja, wenn ein Zombie... Dass der mich dann zusammenstellt. Hm. Hm. Oh, derất das auch noch. Wenn du an unsere Augen magst, holst du einfach mal ein Bass? Ja,ich... Ach so. Kannst du den Easel shuts mal? Du wirst so getrunken vor? Ich sehe da. Wie es doch schon ausschaut. Wunderschön. 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 Jo. Hast du Opfer? Nein. Hä, das sieht so wie Opfer aus. Ich bin echt schon gefreut. Ich schalte aber nicht zum Enderman. Obwohl du kein Ender schnöbeln. Wieso? Jetzt sie unbedingt brauen. Nein, das fühlt sich jetzt krank. Obwohl die Levels würde ich brauchen. Ja, das stimmt. Jetzt bauen wir an, suchen wir Bäume. Ja. Welche Richtung willst du da rein an? Ich glaube das ist Richtung Spawn, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Hm. Ist das so richtig gebaut? Nein, ich baue jetzt nur einen Baum ab. Und wollte eine halbe Stunde. Dann soll es dann wieder die... Ja, nice. Brauchst du? So viele verschiedene Orte von Fleisch. Ja, weiß ich nicht. Du bist schon wieder fuhr. Du bist schon wieder fuhr. Warum ein Vulkan? Die haben sowas bis zu essen, oder? Nein, bitte nicht. Ich bin so glücklich. Beste zum Essen. Ja, oder wahr, oder? Oder Enderman. Das weiß man. Das ist einmal ein guter Baum. Der hat, glaube ich, die höchste Droparte auf Äpfel. Wobei ich mir über der Version nicht ganz sicher bin, wie das so ist. Aber ich habe gerade ganz kurz nachgeschaut. Und bei dem Baum soll das eigentlich funktionieren. Ganz kurz. Genau. Und nein, ja. Ja, bauen wir mal einfach den ganzen Wald auf. Dürfen. Bauen wir hundertmal nachschauen, ob schon was gedroppt ist. Mhm. Ja, glaube ich, es braucht es, wenn ich sowas zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich den verhungert. Jetzt kriege ich das eh vor, oder? Mhm. Das kann ich ja alle 17 weggessen. Okay, auf schwer müssen wir echt aufpassen. Ich bin gespannt, du Flo. Wie geht auf schwer? Normal sind wieder zwei weg. Ja, waren wir nichts zum Verschenken. Naaah. Ja schon. Sonst sind sie auch immer weg. Mit wegen der Platzprobleme. Tack, die Hacke ist der Nagel aus. Ja. 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 Sollen wir dann noch ercraften, oder reicht das dann schon? Mehr. Sechs Stück Äpfel. Echt geil. Tack, tack, tack. Ich habe da eigentlich einen guten Bogen drin gehabt. Mhm. Na, dass ich doch einen schlechten drin habe. Mhm. Da ist der Apfel nice. Äpfel haben wir schon. Nr. 2. Haben wir schon im Winter. Das heißt, das ist schon gut. Mhm. Mhm. Eigentlich können wir das zum Beispiel haben, die zu viel Holz einsammeln. Mhm. Also das ist immer nice, dass wir da gleich den Wald angefunden haben, weil ich habe gedacht, ich habe zweimal gleich eine halbe Stunde mal rum und finde keinen normalen Wald an, was man überall anfindet. Mhm. 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 So, ich schaue jetzt gleich mal langsam zurück. Ich bekomme die Apfel. Vielleicht haben wir ja schon genug. Eigentlich habe ich den ganzen Wald durchgefüllt. Quasi. Jetzt müssen wir das gutes Essen essen. Das beste. Hast du gesehen? Mhm. Sehr lecker. Sehr lecker. Oh, Apfel. Nr. 3. Oh, jetzt sieht es schon Nr. 4. 5. Oh. Cool. Und 1. Hey, boah, das haben wir schon gesehen. Wir haben für 6 gepasst. Ja, aber wie gesagt. Wollen wir doch gerade alles abwarten. Wolltest du doch mehr schauen, oder? Schauen, ob da... Sonst haben wir wieder 1 Platz mehr. Also ich finde da genug Gold. Ja, aber da bauen sie gerade... Nicht nur so. Ja, da habe ich jetzt gerade den ganzen Wald abgebaut. Ich baue meine Axt fertig. Hätte ich gesagt. Ja, und dann? Soll ich da weg abgehen, oder? Was würdest du sagen? Ja. Ja. Vielleicht gerade das Tuch runter. In die Lava. In die Lava, ja. So eine ziemlich gute Idee. Naja, wir müssten sie jetzt vorweilen, oder? Naja, das ist nicht immer so gut. So, jetzt würde die Axt zacken. Nice. Haha. Ja, waren wir da weg ab, oder? Ja. Haben wir den gefuck hingestellt? Hm, wahrscheinlich. Kann, gell? Wie, die kann schon. Bist eine große Duche? Ja. Ja, aber ich muss sie immer wegen den... wegen der Facken und wegen den... bei mir schon. Takt, takt, takt. Oh, ist noch ein Facken. Hm. Da war der ganze Wald weg, ist stabil. Mhm. Gibt es noch vor? Nope. Ja, dann baste, oder? Ja, genau. Ja, Ovi. Jetzt ziehen wir uns heute. Ovi, mit dir. Das darfst du nicht. Ovi, mit dir. Ja. Aber das Essen wird echt nicht gut laufen. Ist doch ein schlechtes Essen. Ja. Ist nicht der beste Weg, ist so. Jetzt Ovi. 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 Zuban. Zuban. In der. Ja, wie wird. Auch wieder. Ja, wie wird. Ja, liegt man auf den Kanten, oder? Oder so? Immer so zaubleckli. Ja, dann müssen wir wieder Koordinaten schauen. So, ich bin eigentlich zufrieden mit der Opfelausbeute von heute. Ja, ist ziemlich schnell gegangen. Ja, ich hab echt gedacht, wir finden einen Langkannenball. Ja, ich hab schon gedacht. Koordinaten kannst du auch mal schauen. Weißt du nicht, oder? Sonst muss ich dann extra noch mal schauen. Gleich mitrechnen dann. Dann gleich durchholen zu. Ja, das tun wir. Eigentlich braucht es schon langsam wieder Levels. Aber ich hätte eigentlich lieber Diamanten des Levels. Hm, da jetzt kannst du zahlen. Da jetzt wirst du zahlen. Ja, dann zahlen wir gleich. Ähm, auch noch. Fertig. So, jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal antworten, da. Damit mir wieder wenige Platz haben. Das ist abnormal. Ich hab noch nie so früh mein Leben wegschmeißen. Hm. Und... Da oben links oben. Ja? Ja, passt schon. Auf zu dirs. Dir, dir, dir. So witzig. Hm. Achso, ich kann ja mal die Barde öfter machen. Das bleibt für den... Dann haben wir zwar einen Platz weniger, dann noch, aber... Willst du es echt machen? Ja, würde ich wirklich machen. Okay. Ja, das wäre richtig gewesen. Ja, ja. Oh, lecker. Oh. Redstone für Levels. Ja, da baue ich schon auf. Weil da kann ich ja seine soldieren, wenn ich jetzt. Hm. Also bergauf sind wir echt ziemlich schnell gegessen mit der Variante. Aber bergauf haben wir gefühlt 100 Jahre gebaut. Ja. Also ich frage mich, ob ich nächste Mal überhaupt treppenartig bergauf fahren soll, weil das dauert echt ein bisschen lang. Ja. Gefühlt hat es wirklich fast 3 Minuten braucht oder so. Wir müssen da ja alles auf Effizienz. Ja. Ja, ja. Genau. Jede Sekunde seht. Ja. Jetzt iss mal das Fleisch auf, was du am wenigsten hast. Ja, die 10 Stücke unsicher. Mhm. Statt die 3 Steaks. Ja, die gehen wir 4. Ja. Ja. Perfekt. Da fulg ich ja 5. Wir haben ja. Hm. Ja, bach ich noch auf ein Fletcher. Kürgst sie mir wieder? Kassoj. Töp. Töp. Was hat er so viele Reds da manchen ist? Die ganze Zeit, ja. Aber das mache ich schon wieder gut, glaube ich. Ja, ja. Aber so viel brauche ich dann auch wieder, ne? Du brauchst wieder gleich mal drei Dias für neue Spitzhack. Ah, ja, schon. Ich kann nicht meine ganzen Dias für Spitzhack mehr, gell. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob sie das auszahlen. Bitte einen Diamanten einmal. Sonst kann es nicht sein, dass man mit einer Dias für eine ganze Zeit verbraucht und keinen einzigen Diamanten entfinden kann. Schon wieder sechs Sekunden, egal? Ein Wahnsinn. Warten muss ja nichts, oder? Nein. Das ist ja dann wurscht. Ja, dann baue ich da noch ein bisschen zu. Schöne Papier. Ja, dann war es das ist. Wieder schön brav. Wahrscheinlich für die Folge. Weil die jemanden... Weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen antinken. Hallo. Hallo. Vielleicht. X-Ray ein bisschen. So, hoppala, hat er mal geliked. Ne. Das machen wir natürlich nicht. Nein. Nein. Also bei meinem Diamantenfund kann man wirklich glauben, dass sie nicht mit dem X-Ray-Spur gehören. Weil sonst würde es eher so gerne, uh, Diamanten, uh, Diamanten. Hey, bitte jetzt vorm Ausloggen der Diamanten, wäre so witzig. So vorm Diamanten ausgeladen. Dann kommt er extra her und nimmt ihn vor dir weg. Yo. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. 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 Tau. 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 Vielen Dank.